jo leute was geht ab herzlich willkommen zu einem neuen video ganz genau wir haben uns mal wieder im darkroom hier bei mir ja getroffen um ein paar videos aufzunehmen genau ich komme mal zum daniel damit ehrlich teuer tanken muss weil ich habe ja solar um dach ja wir haben ja so ein kleines anliegen was wir einfach loswerden wollen und da geht es um das thema ja so ein bisschen diese ganzen negativ richtung hate kommentare nicht reden nicht von konstruktiver kritik wie zum beispiel ich erinnere mich gut an den dominik h der uns den tipp gegeben hat mit den reifen mit dem schlauch drin ja das haben wir dann auch umgesetzt weil wenn man gute kritik oder ideen hat ist das absolut super genau aber es geht halt so um diese dinge die einfach nur geschrieben werden um weiß ich nicht ich weiß gar nicht genau warum man das eigentlich macht aber da haben wir einige leute auf youtube mit zu kämpfen ich persönlich erinnere mich ganz krass an camera biel die freundin von tom kardi die einfach unglaublich viel hate bekommen hat gibt es auch ein video zu könnt ihr mal vorbeischauen aber ja wir wollen einfach so ein paar sachen von uns das ist auch gemerkt in dem video video wie du kurz auch bei dem live kanal miss peaches polarisiert dann sofort die einen finden das halt cool und die anderen sagen hier die verkauft sich und was ist das für eine s punkt und das ist halt obwohl die meisten sie ja gar nicht privat kennen man kennt sie ja nur als youtuberin als influencerin und dann ist das immer so ein bisschen bitter also ich sag mal so wenn mir was nicht gefällt in diesem internet dann gucke ich mir das einfach nicht an also was den troll so was die bewegt weiß ich nicht wir machen noch andere kommentare im netz ein bisschen sorge die natürlich erstmal sich lustig anhören und das ist immer so die gefahr es kommt immer schleppend lustig mit sarkasmus aber es ist immer ein stück wahrheit drin und zwar war das ein kommentar unter einem video geht doch mal zum friseur dieser harley style passt nicht zum mountainbiken erstens ganz wichtig ich habe das ja dann nur so beantwortet in dem kommentar das ist kein harley style sondern ich höre seit ich 14 jahre heavy metal so das hat nichts mit harley fahren zu tun ich habe keine harley ich habe noch nicht mal zum motorrad führerschein ich höre einfach heavy metal und finde lange haare schön es gab übrigens auch zeiten für die die sagen immer kurze haare man muss kurze haare haben das kommt ja aus zeiten da wollen wir gar nicht drüber reden also es gab mal zeiten so bei den wikingern bei den indianern und so da war das durchaus normal lange haare zu haben und wenn ein wikinger keine langen haare hatte dann hatte der tatsächlich echte selbstwert probleme weil das gehörte dann so dazu so nur mal das am rande aber solche kommentare ja hier mountainbiken ist ja nur für wie geht das weiter mountainbiken ist nur was für leute die die schlank sind mountainbiken ist nur was für leute die eine helle hautfarbe haben das ist natürlich blödsinn weil gerade wir freerider finde ich also wenn man sich jungs halt auch von der felsseries anguckt oder so hey das ist live your dream und sei einfach froh und das tolle an unserem sport ist ja dass wir ohne leistungsdruck eigentlich totalen spaß haben ja wir müssen nicht sagen wo heute muss ich mit 90 kilo 80 wiederholungen machen sonst bin ich sonst habe ich mein gefühl ist ganz und nein wir haben spaß egal ob den trail fahren ob wir im bikepark fahren ob wir gerade einen jump geschafft haben so und ich finde beim biken das ist mir auch ganz wichtig bei meiner jugendgruppe die ich leite spielt für mich während wir biken religion politik ethnische herkunft frisur kleidung aussehen körpermaße sind mir absolut total egal mir ist einfach wichtig dass wir zusammen spaß haben und biken gehen und ich finde so sollte es in der community auch sein und liebe trolls wenn ihr selber kein einziges video hochgeladen habt oder nur von wie er gerade command conquer oder battlefield spielt ein video dann lasst doch einfach eure hater kommentare spielt weiter battlefield das bringt einfach nur negative stimmung und ich finde wir haben in dieser welt viel zu viel negative stimmung vor allem in den letzten zwei jahren man ist halt so schön anonym in diesem internet und ich glaube dass viele diese kommentare im real life den leuten gar nicht so ins gesicht sagen würden bin ich fest von überzeugt also lasst es doch einfach auch bei youtube ich denke mal der daniel löscht eigentlich keine kommentare man kann da klug darauf antworten man lässt sich natürlich nicht mit einem toll tolls antworten meistens auch übrigens nicht daran erkennt man den troll auch er tut einmal seinen negativen kommentar reinwerfen und dann rechtfertigen tun die sich eigentlich nie deswegen ist es eigentlich vergeben liebesmühe einem troll zu antworten wie gesagt konstruktive kritik immer gut weil man kann nur durch kritik und auch durch selbstreflexion besser werden und aber ich denke dieses haten brauchen wir alle nicht und würden wir auch im real life halt auch nicht machen bin ich fest von überzeugt überhaupt nicht also wenn man jetzt mal überlegt stellt euch mal vor ihr seid irgendwie draußen auf der straße und ihr würdet zu jedem irgendeinen kommentar abgeben das macht das macht ja kein mensch gibt es einfach nicht leider wir reden heute noch nicht mal die tageszeit weil wir das nicht so machen aber im internet so wenn man sich nicht mal in die augen schauen kann ist das alles egal und ich finde zum beispiel auch dieses thema das war beim tom zum beispiel natürlich als er sich sein downhill bike geholt hat so lerne erst mal anständig fahren bevor du dir ein downhill bike holst oder also diese kommentare gibt es ja auch ständig und ich finde es auch völlig egal was man für ein video mit dir das ist doch du bist doch kein fortgeschrittener fahrer ja genau also alles sachen wo jeder halt eine eigene subjektive wahrnehmung hat und eine eigene wahrheit hat die kann man nicht auf einen kamm brechen was sind einsteiger was sind anfänger wo macht man da den cut aber jemanden beleidigen weil man selber denkt man wäre eigentlich besser und ist aber leider nicht in diesem video dann ist das leider genau das was ein problem vieler deutscher ist nämlich missgunst und neid so ganz wichtig darum geht es ja auch gar nicht mehr überhaupt null gar nicht mehr noch dem tom geht es darum in seinen videos zu zeigen wie krass er mountainbike fährt das macht er macht so machst du nicht das macht er nicht gegenteil er betont oft immer dass er noch nicht gut ist also das sagt er ja selber auch ne und trotzdem ist er natürlich bei dem was er da so fährt beileibe kein kein einsteiger mehr genau wie daniel hat auch kein blutiger anfänger mehr glaubt mir ich arbeite viel mit blutigen anfängern das sind keine anfänger mehr in unserem gravity sport und wo setzt man dann wo würde man die latte setzen und das schöne ist bei leuten die richtig gut fahren wir kennen jetzt zum beispiel hier dennis ne von radardoll oder den tarn die würden so was nie machen ja die würden nicht sagen boah was fest und daudelbike du nutzt das doch nur zu 30 prozent aus das machen die leute ja am parkhaus auch nicht was willst du mit dem m3 auf der straße du nutzt ihn doch auf der straße nur zehn prozent aus da spricht ich doch auch keine an genau aber beim beim bei den bike videos wird das hat immer gemacht wenn jemand das geld hat oder sich das gönnen will sich ein downhill bike zu holen ist dann mal das hört es doch einfach machen selbst wenn er es nicht fährt und nur im wohnzimmer an der warte also einfach ihr müsst einfach lernen also das geht in diese hater richtung ich finde mehr toleranz nützt nichts als super mantra und im status gepostet toleranz muss man leben also von irgendwelchen sprüchen die man da postet wird ist man nicht tolerant tolerant ist man indem man etwas was man selber nicht gut findet einfach hinnehmen kann dass es das gibt und dass das so ist so das fällt vielen leuten schwer also muss man dann anscheinend so ein kommentar schreiben aber ja ich finde das tut nicht gut das vergiftet auch dieses ganze die ganze community eigentlich und ja manchmal würde ich mir wünschen wo immer viele meckern wegen datenschutz das ähnlich wie bei facebook auch bei youtube eine pflicht des echten namens reinkämen das würde ganz viel reduzieren bin ich davon überzeugt aber das ist ja mit dem datenschutz auch wieder so wir regen uns alle über datenschutzsysteme auf dabei wissen wir dass die nachrichtendienste sowieso fast alles wissen andererseits gehen wir natürlich in sozialen medien gibt jeder mensch freiwillig so viel von sich das ist schon auch gerüchte bei den leuten gibt dass die sozialen medien eigentlich auch von den nachrichtendiensten mit entwickelt worden sind weil besser kommt man ja gar nicht an daten also diese diese doppel dieses doppel diese doppelmoral ist einfach falsch und ich finde wir sollten einfach alle ja mehr mehr liebe statt hate und das aber wirklich leben und nicht nur als spruch posten so ich glaube dazu müssen wir nicht mehr sagen ja wir machen uns jetzt fertig gehen nämlich in den wald und wir gehen privat einfach nur tradesballern ganz genau machen wir nämlich hin und wieder auch mal viele denken ja immer wir fahren nur mit kamera oder so aber ich war jetzt letztes erst in olpe und war einfach so gar immer ohne kamera zu fahren ja macht euch mal ein paar gedanken vielleicht über das was wir gesagt haben soll auch nicht irgendwie so mit erhobenem finger oder so sein sondern was was wir loswerden wollten mal und ihr könnt gerne eure meinung dazu in den kommentaren preisgeben versucht es mal konstruktiv und noch ein tipp für die die was reinschreiben schreibt es nicht so als ob ihr die mal als ob es die meinung von allen wäre sondern schreibt es einfach das differenziert das ganze schon ganz schön wenn ihr schreibt ich finde immer dieses diese verwendung was machen ganz viele das stimmt nicht man verwendet das da und dafür das habe ich jetzt beim kleinen bei so einem gmbn video da halt gesehen der wurde über toten reden da schreibt dann einer toten sind dafür da wenn man öfter durchschlägt und nicht um das rad am anfang fluffiger zu machen am anfang des federwegs und dann schreibt es so als ob er halt die weisheit mit löffeln gefressen hat und dass die eine reine wahrheit ist wenn ihr einfach schreibt ich finde dass das so ist ist das schon der richtige schritt in die richtige richtung weil es ist keine verallgemeinigung dass das alle so finden dass das so ist ist also leute die sind ja jetzt der abschalten rauf aufs bike und abonnieren glocke nicht vergessen und bis zum nächsten video aber noch ein video von uns zusammen